Ja, Guide los, Klappe zu. Ja, wir sind auf dem Weg nach Trittor zur Eisdie Ligrim. Die hat schon im Februar geöffnet und da haben wir uns gedacht, da fahren wir über die kurvenreiche Strecke mal hin. Wir haben dann noch den Rudi mit seiner Frau getroffen. Der hat leider sein Moped noch nicht aus dem Winterlager geholt, aber das wird er wohl demnächst machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Damit ihr keine Videos verpasst, einfach den Abo-Button und die Glocke aktivieren.